so werde ich euch mal was ist mein moped hier stolz drauf so wie ich noch vielfahrzeug habe ich nicht so das ist mein auto den juke die gete alle geschenkt bekommen wenn ich auch nicht verkaufen warum auch aufgerüstet komplett und die neue lackierung drauf die münzen die auf jeden Fall scharf aus der seite ein bisschen krumm gemacht heute und natürlich in der Enduro muss man auch haben ist ja klar da wollte ich euch noch mal auslieferungs lkw zeigen die richtig hammer sind das erste stoff lassen wir ein schluck phantomien haben dann geht es weiter so ist ja der kleine ne auch gepanzert da habe ich nur die Schaufel vorne weg gemacht der ist auch jetzt ein bisschen schneller wie vorher hier lasse ich den dran ne und der große ist hier das ist mächtig das sei das ist mächtig das sei der rabt alles weg von der Straße komplett alles so wollen wir mal gucken das ist ganz schön für das ist